Hallo liebe Freunde, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Hier sind wir bei MyTimeMapZentron. Wir feiern noch unseren großen Sieg, den wir heute eingefahren haben mit unserer kleinen Elite-Kampftruppe. Das ist kein der ganze Ort. Ja, ihr könnt auch morgen schlafen, ist doch egal, Feiertag. Komm, wir machen noch eins. Wir haben genug von dem Ballerkram hier. So, wunderbar. Ja, wir können uns feiern, den hier der Handwerker sonst mal einer beschweren. So, ist mir egal, sonst kriegt er hier mit einer Schnupflintheins rübergebrannt. So, wir machen noch ein bisschen Munition. So, nichtsdestotrotz gehen wir jetzt schlafen. Haha, es ist schon spät. Wir kennen uns ja alle vom Fitnessstudio. Wenn man dann vorbeigefahren ist, dann ist man schon innerlich müde gewesen. So, wo sind wir? Ah, hier oben irgendwo. So, hallolulida. Wo ist meine Frau? Ist hier wieder irgendwo einer rauchen oder was? Kümmern sich bestimmt um die Kinder und bringt sie hier oben nicht ins Bett. Ne, die schleift zumindest wie ein Stein. Das hat sie ihrem Vater voraus und ihre Mutter auch. Wo ist sie denn jetzt schon? Die dreht sich da wieder eine Tüte daraus. Ich weiß nicht, was mit Elsie los ist. Die Monsterflüsterin, aber... Die flüstert doch irgendwann anderes hier. Mit den Kartoffeln vielleicht. Ich weiß es nicht. Ich hatte da eine Gesprächsrunde mit denen aufgebaut. Wir gehen jetzt ins Bett. Hä? Okay, gut. Keine Ahnung. Und vielleicht... Mäh, 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 mäh. Man stört sich ja auch am Jagdmann-Kostüm. Die Haare schrubbern ein bisschen. Ich weiß es nicht. Aber eigentlich mag es ihr Jagdmanns. Ist ja wirklich praktisch auf du und du aufgewachsen. So, Schatzlein. Heute mal wieder Augi. Ich habe wieder Schick gemacht heute. Dein Paar. Ganz genau. Der wird eh nie vorbeikommen. So. Der pennt da viel zu sehr uns zu gerne unter seinem Baum. Hier ist... Ah. Guten Morgen allerseits. Hallöchen alle. Äh. Ich kann nicht warten, bis ich älter bin. Ich will Jagdmann reiten. Nein, du musst warten, bis du Meter gewachsen bist. Dann darfst du das. Leider wirst du nicht wachsen. Sorry, aber... Das ist die bittere Wahrheit hier. Du musst immer so klein bleiben. Edge. So. Oh, sehen wir noch an. Ja. Ansonsten, ich werde den Entwicklern. Zack. Okay. Dann haben wir jetzt da Dreck bekommen. Na, weiß ich. Jetzt ist das. Hier langsam könnte doch... Aufhören, da ja. So. So, Leute. Achtung. Kein Krieg, aber wir haben es schon mal eingeläutet. Na, guck mal an. Unser... Kollege kommt auch nicht mal zur Arbeit hier. Sehr schön. Also, ich stelle die Wand an. So, hier noch mal schönes lukratives. Äh. Guck mal an. Oh. Drei wieder davon. Alter Falter. Was bringt gut Punkte, ne? Uh. Das hat mich schon lange nicht mehr. Drei Schalttafeln für Schi. Komm, die waren wir schon lange nicht mehr gemacht. Ey, das nimmt man ein Band. Und das hier ist ein... Ich bin eigentlich falsch rum, ne? Ein Zeichen, wo man irgendwie hingehen kann. Das nimmt man Gitter. Und dann, warum sag ich die Lampe? Okay, die geht automatisch an auch nicht. Dann drauf geachtet, wie die alles. Äh. Äh. Ja, genau. Schaltflächen. Haben wir alles für die Schaltflächen? Nein, das fehlt uns einmal Kupferdraht. Okay. Na. Ja. Ach. Kupferdraht. Hier. Komm, Leute. Kupferdraht. Kupferdraht. Zack. So. Wahnsinn, Mann. Kann ich los? Uh. Äh. Ja. Ist auch neu hier. Hehe. Vielleicht ziehen wir uns mal um hier. Ich weiß nicht. Vielleicht kennst du mich dann eher wieder. So. Äh. So. So fast nichts anhaben. Mal gucken. Dann haben wir noch unsere Wolldecke dabei. So. Dann kriegen wir nicht so schnell. Wir können aber auf diesen Pömmel da hinten treten. Das kann doch nicht passieren. So. Was ist denn heute los? Eigentlich müsste doch heute... Ist heute nicht Jakbel? Äh. Äh. Alle sind unterwegs. Sip, 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 sip. Ne. Morgen. Ach. Da hab ich mir verguckt. Das Symbol. Im Symbol verwechselt. Ja, das ist ein kleiner Unterschied zwischen den kleinen Pixelhaufen. Okay. Hab ich falsch geguckt. Okay. Alles ist gut. Na jetzt haben wir Spiegel. Ist eh wurscht. Aber ich frag noch mal. So wo ist eigentlich unser Sancho Panzer? Der sollte ja eigentlich noch eine Belohnung kriegen. Weil er ja so gut mitgekämpft hat. Haben ich ihm versprochen. Dann kriegt er seinen Sonnenschirm. Äh. Äh. Propp. Habt ihr jetzt... Habt ihr jetzt gepflegt worden? Gestriegel, Kenny? Ja. Okay. Sehr gut. Oder hat man die Hühnern so macht. Ich glaubt Striegel nennt man das. Den großen Besen oder so ähnlich. Äh. Du bist hier auch. Äh. Ich hoffe du hast jetzt die Blumen gedüngt. Gut. Weiß es ja nicht. Okay. Okay. Und dann wo ist denn hier eine gute... Da. Hansi. Sancho. Komm her. Was bist du jetzt? 92. Äh. Da bräuchten wir vier von diesen Dingern. Um den zu boosten. Wir haben nur einer. Ein bisschen mickrig. Aber gut. Der will aber sehen, wenn er nicht da ist. Das hat keinen Spaß. Wohin mal ein Freund. Komm mal hier bei Fuß. Komm mal, was du zu tun hast. Es ist eh wurscht. Und Hansi kann dafür mal, äh, ein bisschen arbeiten gehen hier. Okay. Okay. Gehen wir uns graben. So. Ach gut. Da bist du schon. Ein kleiner blauer Freund. Ein bisschen kritisch umschauen. Aber dafür werden wir dich jetzt gleich so ein bisschen verschönern. Ähm. Was magst du denn eigentlich? Machst du hier vielleicht so? Oder Brennholz? Was magst du eigentlich hier? Opfer? Muscheln. Ach ja. Klick klack. Genau. Hab ich mir fast... Ich wusste es. Ähm. So, mein Freund. Das bringt ja nichts. Dann kriegst du jetzt ein Sonnenschirmchen. Ach Gott. Das kostet mich. 22. Na gut. So. Ich will auch sehen, wie das aussieht. Äh. Okay. Ich fackelt das Ding nicht ab dahinten. Hat der automatischen Feuerlöscher dabei. Gott. Dann sitzt der ja am Kopf bei ihm oder so. Äh. Ja. Zumindest. Gut. Er kann zumindest jetzt keinen Sonnenbrand mit dem Nacken mehr kriegen. Und dahinter beginnt ja eh. Das Ding eigentlich befestigt. Dann keine Ahnung. Ja. Ja. Schön. Ein, äh. Sonnenschöpchen. Schön. Wie so ein kleiner, laufender, brennender Cocktail. Okay. Warum nicht? Das ist in Zahndruck. Ist alles möglich. So. Da kann man ausliefern. Jut. So. Ist mit dir Atze. Alles klar. Exklusiv wie immer. Okay. Kabumm. Ganz genau. Ähm. Geh aber nicht zu nah an Sancho ran, sonst fliegst du gleich in die Luft hier. Da kannst du den schönes hier brauchen. Warte mal. Warte mal. Du bist doch ein Vogel, oder? Und du schmeißt mit Eiern. Magst du selber eigentlich Eier? Ne. Plus eins. Ja. Okay. War ein Versuch wert. Irgendwie. Na ja. Wann war das jetzt logisch? Ich weiß es nicht. So. Gucken wir mal. Und äh. Genau. Lauf einfach mal hinterher mit deinem Cocktailschirmchen da hinten. Das sieht aus. Äh. Was? Hey Fred! Äh. Außerplänen ist ja halt. Die hältst du nur einmal am Tag ein Zug und dann fände ich mal in die falsche Richtung. Also von daher. Sauberisch. So Cocktail weiter sammeln. Zack. So. Kommt da alles angelaufen? Der Jasmin eigentlich mal einen Cocktail gegeben? Hey Jasmin! So. Äh. Es ist natürlich streng alkoholfrei natürlich. Die Kindermischung. Bitteschön. Du bist so nett mir sowas zu schenken. Danke. So. Ja. Und nicht auf den Geschmack kommt. Kinderalkohol ist nichts für euch. Eigentlich auch nicht für Erwachsene. Aber was soll's? Oh. Jane. Jane schon eingegeben? Ich weiß es nicht mehr. Ich habe mir die Liste irgendwie verlegt. So. Wow. Ah. Ich mache einen Spaziergang. Ein Knaben. Und ich wollte die Budi an dem Rand stecken. Da musst du ein bisschen aufpassen. Ich glaube ich hast du ein Feierleischer bereit. Zack. Dankeschön. Was? Ja. Ganz genau. So. Schön erkannt. Hey Ernie. Was ist los? Schreibst du wieder was in deinem... Was ist das Papier und ein Bleistift? Dein E-Ti-Fett. Genau. Den E-Ti-Ti-Frett. Und alles ist gut. Ansonsten. Ich kriegst du einen Besuch von Sancho heute Nacht. Sowas. Es gibt ja Leute. Die können gar nicht mehr mit der Hand schreiben. Hey. Hey. Wie geht's so? Hey. Ich hab neulichs dieses Ding. Ich hab einen Spaß ausprobiert. Vielleicht hast du schon davon gehört. Mir wurde das Konzept von einer Kollegin mich an vorgestellt. Ausgeregt mir an die Spaßbremsehe. Es ist da frisch und ein bisschen Zeit mit der Seilbahn zu verbringen. Oder in der Achterbahn wenn du dich fancy fühlst. Fancy. Ich fühl mich fancy. Okay. Wie fühlt sich das an? Ja. Ich empfehle uns allen dringend ab und zu ein bisschen Spaß zu haben. Gut für die Produktivität. Okay. Spaß. Das Konzept. Keine Ahnung, was das ist. Frau Fred, du hast ein Haus hier. Was zum Glück? Ja. Du kannst dir gerne 18 Stück abhaben. Dann kann ich mir mal ein paar neue wollen. Das hat die Gras-Abenteurer-Obenteile. Ein Obenteil. Ein Obenteil. Ja. Ganz weit oben. Ja. Ach nee. Ja. Ich bräuchte eher nochmal ein Waffenregal. Das wäre vielleicht eher was. Na ja. Gut. Hier haben wir nichts im Haus. Liefern nur ganz viele Herzchen. Haben die alle für ein Problem, die Leute. Was ist hier? Uah. Was ist das jetzt da oben? So Grace. Ja, dieses Haus hier brennt vor allem heißer als Menschen. Was willst du jetzt hier? Ein Wasser. Hä? Er hat sich letztendlich schon ein Wasser? Okay. Was sagen wir? Habe ich wasser? Du hast einfaches die Wasser willst du haben? Bist du den Wahnsinn. Ein Wasser. Das ist einfach nur A2O. Das ist viel zu gewöhnlich. Das kann ich überhaupt nicht transportieren. Ähm. Ja, war es eigentlich schon mal. Habe ich mir schon mal hier ein eigenes Cocktail geschenkt? Schön. Das ist besser als Wasser. So. Haben wir noch mehr Prozente fallen. Und dadurch auch sterilisiert. Man weiß ja nie, wo das ganze Wasser hier, ne? Na ja. Na ja. Na ja. Na ja. Na ja. Na ja. und heute. Das ist schon mit unserer Spion und Du aus hopefully noch. Ja, das versucht wir immer noch. Ja, inspiriert uns immer noch. Ja. Ich hab dich im Auge, Kollege. vielleicht hier und so falle ich drauf ein so was können wir mal schönes bauen hier ist es auch nicht hier da fortgeschrittene schneider wir können es wir können es wir können es nicht brauchen wir brauchen krumm steinlager und organische kam ich werde ansonsten noch den ganzen kram okay gut die dinge aber ich kann nur fünf machen das ist schon wieder alles aus okay das ist unangenehm so dann machen wir hier ganz so viel das ist hier ein elend hier zum zeug hier zusammen basteln ganz so lange dauert hier eigentlich immer ein bisschen bisschen was gebraucht hier und wassertechnisch gibt es eigentlich noch gut aus hier ist ganz viel wasser das klackern macht mich wahnsinnig mit der zeit okay so das haben wir hier noch so das haben wir auch dann können wir da weitermachen so guck mal da sind wir eigentlich schon relativ weit gekommen in der kurzen zeit staunlich sind ja bald auf 74 auch wenn wir keine hosen anhaben also nicht richtig also nicht wahr was haben wir noch was aus bergmann kurzen hosen noch ein bisschen aber gut haben wir das eigentlich auch noch mal ein bisschen noch mal für heilung haben wir eigentlich auch noch so das zeug für schien machen dann sind wir auch dann fertig mission aktualisiert sehr gut aber das auch sonst hier wer will hier alles was andere haben hier um die herzchen grace wissen mal wasser rieren wollte der stimmt irgendwo ein gläschen aber habe ja schon geschenkt die die momen wollen naja hier habe ich wasser ok aber ich brauche wahrscheinlich auch nicht wirklich beziehungspunkte mal der noch eigentlich genug so sieht es dann überhaupt aus das ist eher das maximum wo wir noch ein bisschen arbeiten müssen kann auch sandy haben jetzt voll okay unser tierchen und jane haben wir schon komplett ihr habt kein anderes kostüm dann gut ist meine ich finde so ein vitoria secrets model hier rumläuft das hier noch einen sheriff haben wir nicht alles voll das gibt es ja gar nicht das ist auch ein bisschen schwierig okay die an mann ich sieg mit das war noch tun wenn die sie hier gefährte ja die mag ich im grunde fast alles so gut faser war einmal mit griff ins klo ok so mord hier muss man noch was machen da haben wir ja noch der markt zumindest die blätter und pillen ja das ist nicht so ganz abwegig die pille der golden socke blöcke sehr schön könnte mir vielleicht mag auch andere bilden oder da brauchen wir die hallo 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 alex so wie heißt ich weiß nicht fang spezial ob es ist dann ganz klar wenn sie könnte man vielleicht das mal machen die zweimal machen aber für uns als grundstoffe einmal zum verschenken oder nicht verschenkt wird das noch sagt das eigentlich 58 50 60 und das hier ich will kein foto weg aus der zeit wo man diesen dingern rumgelaufen sind muss aber irgendwann habe ich dann hier die leidenschaft nicht alles so chronologisch ja hier was mit diesem giftgas in dem tal genau die elite truppe hier unterwegs alle waren grün wie schreck ja lustig das war lustig so wir haben hier 63 ja das ist schon besser ja auch komisch aus oder ja gut da läuft jetzt wenn sie nicht mit diesen kurzen rosen auf mich entschuldige naja ist auch ist ja da wo ich bin ich in schöner zeitbewerb so dass hier also der war ich spiele sie schon vorbei das läuft hier das läuft das läuft ja war nichts keine keramik mehr die müssen uns noch mal schnappen das ist natürlich blöd jetzt noch mal ein lager okay braucht das noch 45 sekunden na gut da müssen wir noch ein bisschen warten da kommt es unsere geliebte frau nach hause schaut ja genau die muss schon schnell das rauchen gehen hallo nicht so durch die wand du wolltest mit sturzheim auf hast okay wir machen alle was zu wollen so und ist hier los etwas verfolgt mich dich verfolgt was und ist ein bisschen größer als meins und macht mir krach ich tun auch okay ja bis auch ein urlaubsmodus anscheinend komm her mein freund fisch ding der fisch dahinten zwischen der schuhe an okay kannst du jetzt hallo aus ich habe jetzt nichts geklaut ich habe das aufgepasst dann schon das handy schön dass du dich hier sehen ich habe da was für dich oder mal eine flöte gefunden die hatten wir hatten eine flöte wird sogar zwei die hat wieder jemand rausgelegt irgendwo ja wer ist mit sandbären sind die flöten entschieden ihn wieder flöten ja besser als nichts ist beschwertig so so viel schon geschenkt war nicht undankbar werden sagt das aber so ein flamenl extrakt sehr gut hier noch ein so das kommt alles wir müssten besorgen dann wollen wir mal morty besuchen wir wollen davon ausliefern also gewinnen genau das noch mal schaffen das wird anstrengend hier aber nur einmal gewinnen können hier jetzt sitzt er hier jetzt ist da hast du dann zeug ich bitte schön ich liefere die essen während er hier im restaurant sitzt ja darf man das ist ein problem ich bin nur lieferbote er hat bei lieferant und bestellt und beschwertig bedient so das haben wir dann gucken wir mal oder gute morty ist blöbchen bei fuß ruf da machst du denn da spiel zu stecken okay du wolltest mit dem jack mich das ist nicht echt das bringt nichts aber schon versucht okay das war jetzt zu merkwürdig aber gut er lässt sich ja erst mal so kleine faxen einfangen kommen dann nach oben und sich dort hier immer hier mal gucken alle ja schieben und auto hätte es wäre es ein skifahrer naja gut ja mach's gut der feiner herr ja ich habe ein schirmchen in der krabbe ist das jetzt eigentlich krabben cocktail dann ganz schön hier entführt der tier versuche zu los differenzialgleichen zu lösen kann du wurzeln ziehen aber das macht mit beiden sagen so was also statt schon wenn ich mich schieben muss mal aufpassen klaut alles und sagt das ist nun ja dann hat er nicht zerlegt spiel spaß und spannung naja gut es ist nicht die ort hallo wie ist es so markt hat mir dieses wort nicht wirklich das bekommen was sie wollte aber wir kommen auch selten sie wollen nicht wahr ja ich wollte großstadt vier parkplätze und e-auto aber habe ich auch nicht alles also bitteschön hier ich besomme ihm die pille jetzt geben und die dinger nicht hinten noch gedreht hat ihn mal versuchen noch mal mit dem lavendel plus sieben ok vielen dank freet meine gesundheit ist nicht mehr das was sie mal war deshalb ist es nett dass du mir hilfst ja gut ich hoffe jetzt noch lange durch weil den job keiner machen sonst ja es gibt jobs die sind einfach immer sicher weil kein schwein mit ihnen sonst machen das ist halt so ja ich zähle monster ja ganz genau so dann haben wir dafür müssen noch keramik besorgen ja haben wir die denn noch mal war da auch keramik da muss man überlegen ein großer teil der schauspielern steht daran selbstbewusstsein abzubauen ich dachte mal aufbauen aber anders ist ja nicht irgendwie falsch rum aus die hansi meyer hat meiser hat stufe 27 erreicht justika hause natürlich an sie wenn du dafür vermöbelt hast ab und da auch keramik kurzzeit gedächtnis hier bei dem wo sind wir noch mal beim schlümpfespiel hier da ist das immer ein bisschen schwierig ist so viel zu tun schlümpfe sind hier der pennt wird früher auch aggressiver jetzt lässt alles nach irgendwie die frau gibt immer ja ein rauchen statt zu pennen gehen sondern auch noch um schlafen jetzt lässt es hier echt nach die leute bewundern ein kreuzanker gar nicht mehr persönlich sondern schicken nur eine botschaft ja schönes teil hier fünf plus bums wieso belanglos geworden das ganze so kommt alles durch dieses internets ding dieses moderne keine ahnung ist so fand schon wunderbar siehst du genau gewusst ich habe genau gewusst hier ist auch noch hier zum ding kann man gucken ob man den blüten kriegen doch blab blab ja wohl gab es blüte hier ist ja sonst nix hier ist nothing kann auch nicht unterschrieben schade ich bin immer den fingern aber das spiel ist einfach nicht baum füllt so oder die hier auch super so lieber noch mal mit haben wir noch keramik und das grafen genug von jetzt war es immer noch zeug hier ist dann auch nix mehr denke ich lange schatten hier ist noch die zwerge aber noch keramik so zack da müssen wir heute fliegen schon mal was was hat jetzt okay haben sie wieder abgericht so blibchen können abhauen hier ohne dass es klappen mussten ja mal was links wieder keine streit angefangen hier wo ihr verwendet wo meisen dann haben wir mal wieder ab und sancho bin ich hinterher ob ob wie ein flammen strahle waren sind so so wacht ist noch aktiv hier anscheinend und kira die urkulang ist ja cool das anscheinste ich nicht mit denen bringt nichts wo du bist eigentlich überlegen 92 kommen kurz mit dem die kurzen prozess machen so gibt es ihn jetzt könnte man sehen was sancho kann leute haha ja ich will nicht dass ein schöpchen kaputt geht jetzt brennt er zumindest alles sieht er habt ihr jetzt davon da brennt einem das feld freunde und danke dass die kiste gemacht ist ja marmor kommt traut euch doch traut euch doch edge page edge page los sancho gibt sie ihn zeige mal wie heißt ein feuer brennt eiskalt platt gemacht sehr schön so weiter geht die gibt es nicht zu sehen weitergehen so sehr schön sancho sehr gut aber ich habe aufgeräumt und turisten schützt sich bedarf rumlaufen haben sie die konzentriere uns aufräumen unser tatortreiniger die humbeisen hummeln hier alles weg was hier noch rumliegt so das ist das circle of life jetzt müssen wir anfangen zu singen dann haben wir es zum glück sind wir nicht in einem disney musical auch wenn man kratto jetzt aufhören so gut ja ich habe schon lange von seinem central musical aber ich weiß nicht einfach nicht die hauptrolle übernehmen das klingt irgendwann mal zu super sopran aber er traut sich halt nicht so so jetzt hier diese dinge bauen von unserem chef wir können eins machen wir brauchen keramik dünns und dann haben eigentlich hier das ist noch am arbeit ach jetzt vielleicht auch mal was hier drin sagt nee aber kommstler aber nochmal so hier sagt mir dass ich nur ein sacken freunde sehr schön so was fehlt uns noch für die andere halt halt so weit hier da brauchen du noch ein kuram schüsse blatt dann sind wir fertig das ist aber nicht mal so schlecht so was im petto hier das ist nur aber wir brauchen ja drei von den diggern ihr habt so sancho er kann sich mit einem schirmchen wieder einpflanzen irgendwo schlecht vorbei blöd wenn wir alle hängen dass sich dann auch das notfallgründet bieten das hatte schon schon gut gelöst hätte sich dann wegbeam statt einfach so sinnlos weiter dann rumzulaufen aber dies hat schon heute muss arbeiten und scheint gut ja gut wenn er fleißig sein will warum nicht das belobten dann gerne auch mit einem schirmchen so haben wir noch irgendwas hier radfallen bringt aber auch nicht so vielen fischbrei und er gibt aber auch nicht auf eine sechstelle jetzt haben ich habe fünf die blätter haben dann 19 zu wenig silber barren das können wir noch machen hier alle da hier brauche ich eine kirche schlussblatt hier das läuft noch kommen wir so nein falsche knoppen sogar aneinander so denn nicht warum hier noch mal ein bisschen wieder verwerten so zack dem eigentlich könnte man ein eigener boost mit zwei kriegen dass man gar nicht da kann auch also natürlich hier ist noch ein bisschen arbeiten das klingt aus man gar nicht schlecht das teil noch mal auf ein höheres level bringen ja vielleicht gar nicht mehr so übel man gar nicht mehr so man gar nicht freunde man gar nicht mehr so alles läuft und ist ja nicht in die kiste eingestellt die klomaten drin ok muss irgendeinen tieferen sind haben aber alles nicht so dann kommst du jetzt herr blümchen gut dann haben wir es so koko hier haben wir noch mal frikadelle müssten wünschen wenn die jetzt angefangen naja gut das haben wir alles um stellen das ding braucht noch dann braucht das denn eigentlich zu lang da kann man auch bei handbauen und teil das geht ja auch ganz gut nicht so kann man nach und nach die sachen ergänzen weiß man auch getan hat so ein bisschen puzzle spielen das ist eigentlich die ganze handwerker arbeit krempel suchen gucken wo man reinstecken kann fertig gut dann brauche ich noch ein bisschen keramik ihr dürft doch mal spätestens morgen fertig sein oder ach ne wir haben es hier aha schau an so imperfekt okay so dann brauchen wir noch eins was fehlt denn da noch eigentlich nur keramik 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 gebraucher keramik lecker keramik so die ist hier in der macher alle noch recyceln hier na gut das ding hier ist auch dran dann haben wir eigentlich noch für den ganzen holz pappenholz oder pappenholz haben wir acht okay von dem haben wir gar nichts mehr shit da haben wir auch nicht mehr so viel die können wir auch noch vorrat ein bisschen machen so das läuft gut dann war es das hier äh ganz genau hier ist nix los gut dann können wir auch ins bett so hier ist alles klar äh hier sind schöne mondsichtig die zwei kärtchen hier naja da sind ja wehrhasen ich weiß ja nicht irgendwas ist der schuld im busch äh du kannst jetzt in deinen stall zurück blümchen vielen dank die ist überhaupt keiner was ist los warum pennt denn hier kein menschen äh tier naja die chillen lieber alle woanders ich weiß nicht wo vielleicht machen die irgendeine party betriebsrat zusammen ach mal hier plopp und fallen die köpfchen so hier rollt sich auch zusammen süß jo bis auf coco die schläft schon lange nicht mehr hier oder ich kriege die mit pennt auch so einzig wieder nicht da ist unsere frau wahrscheinlich jo ist da okay okay gut dann äh wollen wir uns hier mal wieder ins bett begeben und mal sehen was der nächste tag für uns bringen dann kommt das große jagdball rennen dass wir natürlich wieder nicht äh gewinnen werden was was war das jetzt äh ich wollte gerade dass es hier heiß wird im bett und dann haust du ab äh das ist äh ja jetzt muss ich alleine mit meinem schwert spielen hier naja sonst sag ich mal gute nacht und bis zum nächsten mal bye bye bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal